Bei uns wird ein Schiff ungefähr 30 Jahre. Danach lohnt sich eine Reparatur nicht mehr. Das heißt, bei 60 Schiffen brauchen wir jedes Jahr zwei neue. So ein Fahrzeug, so ein Rettungskreuzer ist bei aller Pflege alle zwei bis drei Jahre dran mit der Werft. Das heißt, das Schiff muss aus dem Wasser. Die ganze Technik wird gewartet, wo es nötig ist, wird erneuert, ersetzt. Als Vormann trage ich die Verantwortung für mein Schiff und für die Besatzung.